Hallo Amanda, wen hast du denn da an deiner Seite sitzen? Was Anton, du kennst Bolle nicht, den bekanntesten Hund aus Holthausen. Wo lebst du denn? Hallo Anton, ja ich bin Bolle, der große Schweizer Sennenhund aus Holthausen. Aber wir können uns nach meinem Urlaub auf Usedom zusammen mit meinem Rudel weiter unterhalten. So ihr beiden, nun muss ich aber Schluss machen. Ich muss für die morgige Fahrt noch einiges vorbereiten. Tschüss, wir sehen uns nach meinem Urlaub.